Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast für Mittwoch, den 5. Juni. Ja, wir sind jetzt im Juni. 5. Juni 2019. Wie geil, oder? Boah, endlich das Vögelzwitschern, das sonst in meinem Intro ist. Das kommt jetzt in real von draußen. Voll surreal und so weiter. So, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid fresh, alles easy, im Brindisi bei euch. Alles cool in Kabul, alles glatt in Islamabad. Wieso haben wir eigentlich nur so Städte rausgesucht, wo einfach immer alles uncool ist, oder? Alles stabil am Nil, alles clean in Berlin. Nee, auch nicht, oder? Alles krass, alles... Jo, ich suche verzweifelt nach einem Reim auf Mainz, Weil ich war gestern auf dem Live-Ticker, auf dem krassen Sarkophag-Live-Ticker. Was ist das überhaupt für ein Begriff, der Sarkophag-Live-Ticker, oder? Ey, Leute, die haben gestern ohne Scheiß, haben die in Mainz einen Sarkophag aufgemacht. In der Mainzer Johanneskirche, im alten Dom quasi. Und warum ist das relevant? Weil, erstens, weil wir nächste Woche in Mainz sind. Ja, wir sind am 16., Sonntag, den 16. sind wir vormittags im ZDF-Fernsehgarten. Jawohl, Erkan und Stefan gehen zur Rentnerveranstaltung Number One in Germany zum ZDF-Fernsehgarten. ZDF, wir alle wissen, die Zentrale der Finsternis. Nein, ZDF-Fernsehgarten war ja früher immer so, ja, das sitzen so Oma und Opa sitzen da und gucken zu, wie Engelbert Humperdinck Spanish Ice singt. Ich glaube, der ZDF-Fernsehgarten ist, glaube ich, so mittlerweile die letzte Sendung überhaupt in Deutschland, wo du als Live-Act auftreten kannst und ein Publikum, im Fernsehen auftreten kannst und ein Publikum erreichst. Und wir waren da, das letzte Mal waren wir im Jahr 2005 und haben PR gemacht für Der Tod kommt krass. Und wir waren da mit einem Song. Wir hatten unseren Song Ich sag Captain, er sagt krass, zusammen mit Captain Sensible und Trooper da Dawn. Und ey, was da für Leute waren. Also, ich versuche mich jetzt gar mal so zu erinnern, ich glaube, Heinz-Rudolf Kunze war da. Und Schnappi, ja, ich glaube, Schnappi, das kleine Krokodil war da. Oder war das so ein kleiner, oder? Nee, 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 nee. Das war Schnappis Bruder. Schnappis Bruder, dieser Drache, der Feuerwehrmann werden wollte, war da. Der lief da so rum als Grisou, genau. Zumindest kann ich mich erinnern an ein Foto, wo Trooper neben Grisou steht. Und wer war noch da? Er ist eine blinde Sängerin, komme jetzt aber nicht auf den Namen. Und natürlich wir, also Erkan und Stefan. Ben war da. Ben, der Sänger. Genau, lange her. Und jetzt, weil wir wieder zum ZDF-Fernsehgarten gehen, boah, da heißt es, wir dürfen keine Markenklamotten anziehen. Es wird echt ein Problem, oder? Ich meine, sag mal zu Erkan und Stefan, sie sollen keine Adidas tragen. Wir haben schon mal gedreht für die Rosenheim-Cops. Da hat uns dann die Kostümbilderin einen von den drei Streifen überklebt und das Adidas-Logo irgendwie entfremdet mit ähnlichen, mit so bunten Flecken irgendwie neben dieses Trefoil da geklebt hat. Wie bescheuert, oder? Wie bescheuert. Als würden wir Werbung für Adidas machen. Das ist albern. Na gut. Und wir überlegen uns das peinlichst genau, weil wir haben einen Joke, wo wir sagen, wer Adidas und Nike miteinander kombiniert, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Zitat Karl Lagerfeld. Und jetzt wissen wir nicht, ob wir diesen Joke sagen dürfen. Und jetzt schreiben wir gerade mit Redaktionen vom ZDF-Fernsehgarten. Und wahrscheinlich werden sie sagen, naja, ihr nennt ja zwei Marken, Adidas und Nike in einem, kann er nicht sein. Ihr könnt doch nicht in Verdacht geraten, für eine Marktgewerbung zu machen. In Wirklichkeit werden wir von Karl Lagerfeld bezahlt. So schaut es aus, Leute. Aber das sagen wir natürlich den Mainzern nicht. Nein, okay. Warum habe ich mir den Sarkophag-Ticker aus Mainz reingezogen? Weil, haltet euch fest, das ist ungefähr das krasseste überhaupt. Da liegt, die haben meinen Sarkophag geöffnet, weil da drin liegt vermutlich die Leiche oder was sagt man, der Korpus oder die ja, die sterblichen Überreste, der Leichnam, genau, der Leichnam vom ehemaligen Mainzer Erzbischof Erkanbald. Alter, wie krass. Ich dachte, ich spinne, oder? Erkanbald, der heißt doch tatsächlich Erkanbald. Ey, kann mir keiner sagen, dass die Islamisierung des Abendlandes nicht schon viel, viel früher stattgefunden hat. Erkanbald, ey, der liegt da drin. die Versuchung, den zu identifizieren. Ob er vielleicht so eine Kette um hat, wo Erkanbald steht oder so? Mega, oder? Und dann haben sie gesagt, irgendwie im Sarkophag-Live-Ticker, also sie wissen nicht, ob es wirklich Erkanbald war, ja? Weil, okay, die Kette hat er wohl nicht getragen, aber er hatte keine metallischen Gegenstände bei sich, ja, ja, ja. Zum Beispiel ein Bischofsstab oder sowas. Ey, Digger, muss, muss, ach, das ist so, ey, wenn der Busfahrer begraben wird, hat er ein Lenkrad in der Hand? Auf jeden Fall, sie sagen, es ist wahrscheinlich ein Kleriker, weil er mit Blick auf die, auf den, auf die Kanzel oder sowas begraben wurde. Aber sie wissen es, sie wissen es bis heute nicht, ob er es ist. Aber der Live-Ticker, mega spannend. Der Sarkophag-Live-Ticker. meine Güte, naja, Erzbischof Erkanbald. Wahrscheinlich unten drunter ist übrigens, haben sie gesagt, noch ein zweiter Leichnam. Da müssen Sie auch prüfen, wer das sein könnte. Wahrscheinlich ist es Stefanbald. Ich finde es einfach nur lustig. Ja, Erkanbald war übrigens 1021 gestorben. Er war zehn Jahre lang Erzbischof von Mainz, jawohl. Und davor war der Abt von Fulda. Ihr wisst schon, die mit den Uni-Royal-Breitreifen. Sein Vorgänger, ich bin hier gerade auf Wikipedia, der hieß Hato der Dritte. Alter, das waren noch Namen, oder? Hato der Dritte. Und nach ihm war es, Branto der Zweite. Ey, Branko, Branto, ich sag euch was. Das waren damals alles mega Gangster. Irre, oder? Sein Nachfolger als Erzbischof von Mainz war übrigens Aribo. In seinem Sarkophag konnten sie allerdings auch nicht bestätigen, dass er es war, weil es lag keine Gummibärchentüte neben ihm. Unfassbar. Unfucking fassbar. Ja, auf jeden Fall, Erkan bald liegt in Mainz geburried. Was für eine krasse Story. Ich habe mich echt bepisst. So, okay, gut. Gestorben am 17. August. Übrigens, der 16. August ist der Geburtstag von John Friedman, also von Erkan. Also, es gibt so viele wahnsinnsparallelen, Leute. Es ist völlig, völlig crazy. Ja, vielleicht wissen sie bald, ob es Erkan bald war. Und ja, so viel jetzt. Was amüsiert mich im Augenblick? Okay, mich hat jemand angeschrieben, ich habe in meinem letzten Podcast, habe ich neue Boarding-Methoden für Flugzeuge ergründet. und da habe ich doch gesagt, Leute, lasst doch zuerst alle Leute am Fenster boarden und dann alle Leute, die schweres Handgepäck haben, die am Fenster sitzen und dann die Mittelplätze und dann die Gangplätze. Dann müsste es eigentlich viel, viel schneller gehen. Und da hat mir tatsächlich einer geschrieben, dass diese Boarding-Methoden tatsächlich schon erforscht wurden. Ja, und man hat sogar festgestellt, dass meine Boarding-Methode, die ich vorschlage, die schlauste ist. Das ist die allervernünftigste Boarding-Methode, die spart ungefähr die Hälfte der Zeit, würde wahrscheinlich den Airlines viel Geld sparen. Allerdings haben sie auch festgestellt, es wäre zu teuer und zu kompliziert, es einzuführen. Ja, weil, weil, ja, weil man müsste ja quasi eine Art von Kommunikationssystem einführen, welcher, welcher Fluggast jetzt als nächstes boarden darf. Alter, ihr habt diese Tafeln, oder? Egal, egal, ich glaube, die wollen es einfach so. Sie haben übrigens auch noch festgestellt, es gibt noch eine Chaos-Methode, wo einfach, wo sie einfach sagen, geht irgendjemand rein, und ohne Konzept, ohne Reihenfolge, ohne irgendwas, oder Moment, habe ich das irgendwie falsch, habe ich das irgendwie falsch notiert? Egal, auf jeden Fall habe ich dieses Schreiben bekommen, mit den Boarding-Methoden, und meine war ziemlich nah dran, an der Lösung der Lösungen, ja, oder? insofern gar nicht so schlecht, was ich da vorgeschlagen habe. Vielen, vielen Dank für solche Hinweise, ich freue mich übrigens immer, wenn Leute mit mir in Kontakt treten, und, ja, schreibt mir einfach mal eine E-Mail, schreibt mir einfach mal eine E-Mail an schlimmbeck at fatjoke.de fatjoke in einem Wort, dann kann ich euch auch beantworten, dann kann ich auch Fragen beantworten, gibt es irgendwelche Themen, die euch auf der Seele, schwer auf der Seele liegen, auf die, die euch, wo drückt, ihr wisst, was ich meine, meine Güte, meine Güte, was wollt, was wollt ihr wissen, liegt neben der Erkan bald auch das Döner-Tier begraben, ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. So, ähm, ich bin aufgetreten am Foodtruck-Festival, in Fürstenfeldbruck, Leute, so ein Foodtruck-Festival, das ist ja echt, ich dachte mir wirklich, wow, bin echt gespannt, was es ist, ist das sowas wie Tollwurt, das ist so ein München-Festival mit lauter so Ständen, äh, nur ohne Hanf, ähm, ey, ja, da waren 40 verschiedene Foodtrucks und ich war beeindruckt, es gibt 40 verschiedene Arten, Pulled Pork zuzubereiten, also es war natürlich super geil organisiert und es war total spannend, aber ich habe mir so einfach so, so Tacos, äh, bestellt, an so einem Foodtruck, der war so ein mexikanischer Foodtruck und, naja, dann habe ich halt so Tacos bekommen, und da war Pulled Pork drin, die haben mich gefragt, will ich mit Schwein oder mit Rind, da habe ich gesagt, ja, mach mal Schwein und dann war da Pulled Pork drin, die waren schon ganz lecker, aber ich wollte diese Hardshell Tacos, ich habe einfach so eine Gier nach Taco Bell, Leute, ich sage so, ich muss unbedingt mal wieder nach USA, um mich bei Taco Bell durchzufressen, Breakfast Burritos und, egal was, wenn ich irgendwo mexikanisch essen bin, will ich Tacos essen, ähm, naja, waren okay, waren okay, aber 7,50 Euro für drei so kleine Tacos, die bei Taco Bell, äh, wahrscheinlich 1,80 Dollar kosten, äh, fuck you, habe ich mir dann nachgedacht, nein, daneben war einer, der hat, äh, sehr gute, muss ich sagen, sehr gute Burritos gemacht, und, äh, auch Tacos, in Klammer haben sie daneben geschrieben, Wrap, damit die, auch der Letzte wirklich weiß, was es ist, und, da habe ich dann das Rindfleisch genommen, die waren auch ganz gut, waren auch ganz gut, aber überall, jeder Stand hatte irgendwas mit Pulled Pork, äh, es gab natürlich auch ein, es gab einen, ähm, so eine Art Asia Burger Stand, das fand ich ganz spannend, der hatte auch so schwarze Buns, hey, wieso bellt der Hund, ey, was ist denn da los, was ist denn da los, kommt da jemand, oder was, da ist nix, da läuft einfach nur jemand vor der Haustür vorbei, ja, Mann, ich bin allein zu Hause, der Hund ist da, Hund macht sich wichtig, okay, ähm, die hatten so schwarze Buns, ich weiß gar nicht mehr, es waren sehr leckere Burger, äh, gab es übrigens auch mit Pulled Pork, es war alles nur mit fucking Pulled Pork, warum, ist es jetzt das Neue, ist es das Neue, äh, die neue Art und Weise, wie man Fleisch bis zur Unkenntlichkeit zurichten kann, sodass niemand irgendwie weiß, dass es kein gutes Stück Fleisch war, so wie Hackfleisch, so wie Rinderhack, jetzt halt einfach, äh, äh, war einfach ekelhaft, vor allem, was ich an Pulled Pork nicht mag, ist, du beißt drauf und dann läuft irgendwie so Wasser raus, ähm, naja, und was übrigens auch einen hohen Multiplikationsfaktor hatte, äh, nicht nur Pulled Pork auf dem Food Truck Festival ist, der Dude mit dem Trucker Cap und dem Vollbart, der war auch überall, nicht nur, dass alle, die bei diesen Food Trucks gearbeitet haben, genau so aussahen, äh, und die unter ihrem schwitzigen Trucker Cap in den nassen, äh, Bratfett getränkten Vollbart reingeschwitzt haben, ähm, auch alle Leute, die da rumliefen, die sahen so aus, ich glaube, man konnte so, äh, gerade ausgucken und man sah mit Anhieb 14 Leute mit Trucker Cap Vollbart davon acht mit Bierbauch und, äh, da hat man noch nicht mal seinen Kopf gedreht, so, so sah das da aus, aber ich bin aufgetreten, ich hatte da eine, äh, die Gelegenheit auf meine Comedy Lounge in Fürstenfeldbruck hinzuweisen, voll nice, oder? Die haben gesagt, hey, wenn du möchtest, kannst du bei unserem Food Truck Festival auftreten und dann kannst du auf deine Comedy Lounge hinweisen und, äh, aber wir haben kein, äh, 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 ähm, ja, und, und ich so, na gut, ja, weil die Werbung ist super, es kommen 30.000 Leute, ne, okay, na gut, okay, okay, mach ich, mach ich, mach ich, kann ja nicht schaden, ne, ähm, und dann in jedem Zeitungsartikel, der darauf hingewiesen hat und als Entertainment Highlight, der Comedian Florian Simbeck, wo ich mir denke, Digga, ey, wenn ihr mich als Highlight verkauft, dann könnt ihr mir auch was Gage zahlen, oder? Naja, kleinen Schiss in die Hand habe ich ja bekommen und ich habe da von, von dem Geld habe ich mir dann, habe ich mir dann Tacos gekauft, so, ähm, nein, Digga, es war okay, aber es war jetzt auch nicht mehr, als ich irgendwo auf einer Mixshow bekommen würde, es war, eigentlich war es lächerlich, sprechen wir nicht drüber, ähm, auf jeden Fall, ich bin da aufgetreten und wie immer, Open Air Auftritte, es ist, es ist ein Albtraum, bei Tagsüber aufzutreten, ist, ist sowieso schon Kacke, weil die Leute, die Leute sehen einfach tausend Sachen um sich rum und sind nicht so fokussiert auf die Bühne, wie sie wären, wenn es dunkel wäre, in einem Club mit niedriger Decke und, äh, und Licht, sondern, ja, und die Bühne war auch noch 30 Meter vom Publikum entfernt, einfach mal klar, logisch, weil kann ja sein, dass dann, wenn es zu laut wird, ne, äh, äh, vor mir liefen Kinder rum, ähm, die mit Luftballons da an sich an die Bühne gelehnt haben und mir zugehört hatten, da musste dann, ich meine, ich habe sowieso, ich habe sowieso ein cleanes Familienset, wo, was ich spielen kann, was nicht so dirty ist, ähm, aber, es nervt, es ist halt einfach, du wirst halt irgendwo hingebucht, wo du, äh, was kein Comedy-Club ist und dann ist halt auch Können gefragt, dann ist halt wirklich das gefragt, was den Schlimmbäck ausmacht, nämlich jahrelange Erfahrung, Leute, und das Publikum kam und blieb stehen und kam näher und am Schluss war, also nach einer halben Stunde Comedy, war eine richtig geile Stimmung, es hat jeder zugehört, äh, vielen Dank an alle, die da waren, ähm, und, äh, und auch, ja, aufmerksam waren und nicht irgendwie sich unterhalten hatten. Alle Köpfe von den Leuten, die ja auch 30 Meter Entfernung auf den Bierbänken saßen, waren zu mir gedreht und es war ein cooler Auftritt. War super gut, aber am Anfang hatte ich echt Schiss. klar, klar, ich habe mir extra ein weißes Hemd angezogen, weil ich weiß, meine Auftrittszeit ist 20.30 Uhr, da ist es noch taghell, ja, wenn ich da mit einem schwarzen Hemd auf der Bühne rumlaufe, dann sehe ich aus wie, wie, wie einer vom Orga-Team, der da irgendwie gerade Soundcheck macht oder irgendwie, äh, die Bühne aufbaut mit seinem schwarzen, mit seinem schwarzen Polo-Shirt, äh, super Idee auch, oder, an so einem Foodtruck Open-Air-Festival mit schwarzen Klamotten rumzulaufen. äh, nee, ich hatte mir ein weißes Hemd angezogen, damit ich gesehen werde, Leute, auf der Bühne. Kleiner Tipp. Und kleiner Tipp auch an solche Veranstaltungen, auch wenn, auch wenn kein, wenn es Tageslicht ist, holt euch einen Scheinwerfer und macht dem Typen auf der Bühne ein kleines bisschen das Hemd hell, damit man weiß, dass da vorne, was jetzt da passiert, ist offiziell. äh, ähm, das hilft auch den Leuten, die, jetzt sage ich mal, ja, nicht so routiniert sind, ähm, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Bitte helft ein bisschen mit, den, den Blick des Zuschauers auf die Bühne zu fokussieren. Wir hatten übrigens einen Auftritt vor ein paar Tagen, äh, da war ich ja in, ähm, in Oldenburg, letzten Mittwoch. Da haben wir den Boing Comedy Club von Manuel Wolf in Oldenburg veranstaltet, also wir veranstaltet, also Manuel halt, und ich bin dort aufgetreten als erster Künstler des Abends. Es war auch noch hell draußen, die haben auch die Fenster nicht, nicht verdunkelt und, ähm, tja, da haben die Bühnenlichter gehabt. Oben, über dem Bühnenrand war eine Traverse mit Scheinwerfern, die so schräg nach unten gerichtet waren, quasi auf die Bühnenmitte. Und wenn du dann als Comedian vorne an der Bühnenkante gestanden bist und mit dem Publikum gesprochen, dann hast, dann hast du quasi, hat dir das Licht den Rücken runtergeleuchtet. Und das ist einfach scheiße. Leute, Veranstalter, wenn jemand eine Comedy-Show macht oder irgendeine Show, holt euch halt einen Spot, leiht ihn euch von mir aus aus für 50 Euro irgendwie beim Bühnenlicht- und Tonverleih, äh, 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 irgend so eine Kanone, die haben 1000 Watt, sind, werden mega heiß, ihr braucht auch ein Stativ, stellt das Ding auf in, von mir aus, in, 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 am anderen Ende des Raumes, schiebt die Linse schön weit nach vorne und ballert einen schönen, sauberen, weißen Spot auf den Künstler, der auftritt. Dann hat der Licht. Don Clark trat auf am Ende der Show, hat super abgerissen, aber der ist im Dunkeln gestanden. Der ist im fucking Dunkeln gestanden. Der kam auf die Bühne, äh, hat, äh, hat sich kurz hingestellt, hatte ganz kurz Licht von oben auf der Glatze und hat dann angefangen mit dem Publikum zu sprechen und war im Dunkeln. Wir haben dann irgendwo aus dem, aus dem Backstage noch irgendeinen Scheinwerfer geholt und haben den aufgebaut, aber nur weil ich was gesagt habe, der Veranstalter stand da mit verschränkten Armen und hat der Show zugeguckt, wie der Typ im Dunkeln da steht. Also nicht der, also nicht Manuel, sondern der Typ von diesem, von der Location. Ähm, Licht ist essentiell. Genauso wichtig wie Ton und man muss es immer wieder dazu sagen, ohne Licht auf der Bühne ist Kacke. Ja, und, äh, wenn Licht so von schräg oben kommt, dann hast du eine hell beleuchtete Kopfhaut, bei manchen Künstlern, die schon lichteres Haar haben, gar nicht so schön. Ähm, die Augenhöhlen sind schon mega schwarz, weil du nämlich nur Augenschatten hast und, äh, ist einfach nicht cool. Es sieht auch auf den Fotos nicht gut aus. Du guckst dir nach der Show die Fotos an und denkst dir, da kann ich kein einziges verwenden. Ähm, der Zuschauer kann er zumindest mit seinen Augen sich noch ein bisschen, die Augen sind ja, äh, adaptierfähiger als so eine Foto, äh, so ein, äh, so ein, 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 so ein Fotochip. um zu zeigen, wie schön, dass es war, damit auch beim nächsten Mal wieder Leute kommen. Und dafür würde ich einfach in einen Scheinwerfer investieren. Und mein Vorschlag ist, am besten einen Spot. Die sind teuer zu kaufen übrigens, LED-Spots kosten zwischen 700 und 900 Euro. Die alten Kanonen mit so analogen Leuchtmitteln, möchte ich schon fast sagen, die, ja, da legst du auch 300, 400 Euro hin. Aber holt euch einfach irgendwas, guckt euch mal auf Ebay um oder leiht euch was aus. Leiht euch was aus, ist echt das Schlauste. Das ist eine 50-Euro-Investition, wo ihr unter Garantie nichts verkehrt macht und die Künste sind happy und vor allem auch der Zuschauer ist happy. Und darum geht es ja. So, und es ist auch geil, wenn du diesen weißen, sauberen Rand von einem Spot um dich rum hast. So ein scharfes Licht, so ein scharf gezogener Kreis. Mega gut. Ja, auf jeden Fall, das war Oldenburg, da bin ich aufgetreten. Genau, dann eine Woche später das Foodtruck-Festival. Die Comedy-Lounge in Augsburg war übrigens super, wollte ich nochmal sagen. Danke an Melanie Gerland, danke an Kalle, danke an Michael Ulps. Ihr habt eine super, super Show hingelegt. Und ja, im Augenblick bin ich im Schreiben-Modus. John und ich machen jeden Tag Jurfix, so gegen 11 oder 12 und schreiben eine Stunde lang online auf Writer Duet. Zieht euch das mal rein, ist egal. Wer gerne Drehbuch schreibt oder Sketche schreibt, geht mal auf WriterDuet.com. Da kann man dieses Zeug online schreiben. Und man kann sich übrigens, wenn man da quasi so ein Abo macht, kann man übrigens auch zu zweit oder zu dritt oder zu viert an so einem Dokument schreiben. Ich mache jetzt hier keine Werbung für die, es ist einfach nur ein Tipp. Es ist ein Tipp, weil ich nichts Vergleichbares jemals irgendwo gefunden habe, außer sowas wie Google Documents. Aber da hast du ja nicht die Vorformatierung für eine Drehbuchformatierung, wo du sofort weißt, aha, eine Seite Text ist ungefähr eine Minute. Und das ist einfach perfekt, wenn du einen Überblick haben möchtest, wie lange ist die Szene, wie lange ist der Joke, wie lange ist der Film. Hm, ja. Okay. Habe ich euch schon gesagt, dass wir auf Instagram jetzt einen blauen Haken haben als Erkan und Stefan? Jawohl, wir haben einen blauen Haken. Vielen, vielen Dank an die Person, die das für mich eingetütet hat. Dieser blaue Haken, den habe ich übrigens auch als Florian Simbeck jetzt. Und John Friedman hat auch einen blauen Haken, obwohl wir nicht so viele Follower haben. Aber wir sind halt relevant. Nein. Oh Gott, ich habe 2700 Follower auf Instagram, Leute. Da muss was passieren. Ich verstehe nicht, was da los ist. Ich weiß, wenn wir früher als Erkan und Stefan, wenn es da Instagram gegeben hätte oder Facebook, ey, wir hätten wahrscheinlich eine Million oder noch mehr. Ich weiß nicht, wie viele Follower wir hätten. Da wären vielleicht ganz viele schon nicht mehr auf Social Media unterwegs oder so. Wahrscheinlich gäbe es die Welt schon gar nicht mehr, wenn es damals schon Facebook gegeben hätte. Wahrscheinlich hätten die Leute sich schon gegenseitig angezündet, wenn es damals schon Facebook gegeben hätte. Da wäre schon wahrscheinlich alles im Arsch, oder? Die hätten sich wahrscheinlich gekriegt. Die Mauer wäre schon wieder gebaut, oder? Trump wäre wahrscheinlich schon 2005 amerikanischer Präsident geworden. Facebook ist echt eine Pest. Facebook ist wirklich, ich weiß auch gar nicht. Einerseits würde ich mich daraus zurückziehen wollen, weil dort wirklich jeder, jeder seine Meinung sagen kann. Auch ich. Nein, aber es ist halt Wahnsinn, oder? Ach Gott. Also Meinung sagen ist ja nicht das Problem, aber dieses Zusammenrotten. Dieses Zusammenrotten und was starten und dann quasi auch so Dinge organisieren, wie zum Beispiel einen Regierungspräsidenten von Kassel zu erschießen. Krasse Scheiße, Leute, oder? Ich weiß nicht, früher, früher waren die Verrückten, das will ich damit sagen, früher waren die Verrückten vielleicht für sich alleine, weißt du? Die sind durch die Fußgängerzone gegangen, haben irgendwie gespuckt, haben Leute angeschrieben und haben gesagt, der Untergang droht und alle sind Verbrecher. Und das war's. Dann haben alle Leute gesagt, ja, ja, passt schon. Okay, leg dich wieder hin, Schlucki. Oder Michi oder wie der immer auch hieß, ne? Wir hatten in Ingolstadt einen, der lief mit einem Cowboyhut und hatte immer zwei Koffer dabei. Er hatte zwei große Samsonite-Koffer und lief mit denen durch die Innenstadt. Keiner weiß, wer der Typ war, was der gemacht hat, was in den Koffern waren, war. War übrigens auch das größte Mysterium. Vielleicht war er einfach der stylischste Obdachlose von allem. In dem Linken hatte er sein Pop-Up-Zelt, im Rechten hatte er einen Gaskocher und Bundeswehrnahrung. Aber auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Oder er hatte, ein Gerücht lief auch rum, dass in den Koffern gefälschte Rolex-Uhren waren. Ja. Schluck Kaffee, Schluck Kaffee. Ich sitze seit einer Minute hier mit der Kaffeetasse angesetzt an den Mund. Warte, bis ich selbst meinen Satz beendet habe, um dann eine unangenehm lange Pause einzulegen, wo ich einen Schluck Kaffee runterwürge. So, ähm, genau. Früher sind diese Typen einfach verrückt durch die Stadt gelaufen und haben gelabert. Und man hat sie belächelt und das war wieder okay. Heute finden die andere verrückte Typen auf Facebook und tauschen sich mit denen aus. Äh, glauben gegenseitig ihre Verschwörungstheorien, werden dann zu Reichsbürgern und zünden das Land an. So, um nur ein Beispiel zu nennen. Ähm, genau. Wir haben jetzt diesen blauen Haken. Das ist natürlich mega geil. Trotzdem immer noch 2700 Follower auf Facebook. Äh, auf Insta. Auf Facebook bin ich ja schon auf, auf Facebook bin ich ja schon fast auf 11.000. Ich bin seit einem halben Jahr ungefähr bei, bei 10.950. Und es kommt, wenn einer dazukommt, geht wieder einer weg. Es ist, glaube ich, bei mir die Schmerzgrenze erreicht. Mehr wollen mich nicht. Und, tja, so sieht es aus. Man könnte ja, man könnte ja auch Likes kaufen. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf eine Indonesien-Tournee. Stell dir vor, du kaufst Likes und die werden dann auf irgendeiner Klick fahren. Dann hast du die ganzen, die ganzen Bradesch und, und weiß nicht, wie die alle heißen. Die hast du dann als Fans auf Facebook oder Instagram. Instagram, die haben dann deine Seite geliked. Und es gibt ja irgendwie eine, es gibt ja einen Link, wo du quasi draufgehen kannst und du siehst, aus welchem Land alle Leute kommen, die deine Seite liken. Und meine sind wirklich alle aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, paar, keine Ahnung. Ich muss mal wieder drauf gucken. Keine gekauften Likes. Stell dir vor, du hast so irgendwie so 9000 Likes aus Indonesien. Und du musst dann da hin und eine Tournee machen, weil gekauft oder nicht, ich kann auch die Fans dort nicht im Stich lassen, oder? Irgendwann schreiben die, fangen die an zu schreiben und du kannst es nicht lesen. Dann muss der Facebook-Übersetzer, muss der dann irgendwelche Sätze vorlesen, wie, äh, ähm, ich möchte deine Show mittels eine Rüttlung in, äh, Indonesia kommen. Lachen, lolik. Keine Ahnung, keine Ahnung. Lollik, wie komme ich denn da drauf? Ist es ein indonesisches Wort? Ne, meine, 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 meine Kids sagen immer, ha, lolik. Das ist ja voll lolik. Mein Sohn sagt übrigens nicht nur lol, sondern der sagt lol xd. Der sagt tatsächlich lol xd. Also xd wie dieses Lachsmiley, was die Augen so zusammenkneift. Daher das x und das große d ist der lachende Mund. Lol xd. Mein erstes Stand-Up-Comery-Programm hieß ja übrigens lol. Weil ich damals dachte, wie absurd wäre es, wenn die Leute nicht mehr lachen würden, sondern nur noch lol sagen. Es gibt da einen Comedian, der führt dann diesen Gedanken weiter und sagt dann, äh, Roffel. Ähm, ja. Und mein Sohn sagt lol xd. Und ich erzähle es in meinem Podcast. Wie traurig, ne? Gut, ähm, 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 ja genau. Dieser blaue Haken, den habe ich einer Person zu verdanken, die, äh, die bei Instagram und Facebook involviert ist. Und fragt mich nicht, wer es ist. Nein, ich habe mich auch schon seit ungefähr fünf Jahren, habe ich mich mit dem Gedanken herumgeschlagen, sollst du ihn fragen oder nicht? Den fragen wahrscheinlich alle, ne? Wahrscheinlich verlierst du dann die Freundschaft mit ihm. Und, ähm, und, äh, einfach nur, weil du versuchst, es auszunutzen. Und deswegen kommt auch gar nicht erst zu mir und sagt, Flo, kannst du ihn fragen? Nein, er kam selber auf mich zu. Ich habe gesagt, sehr, sehr gerne. Machen wir und, äh, dann musste ich auch meinen Ausweis einreichen. Ich musste auch Wikipedia-Artikel, äh, musste mit eingereicht werden. Weil das ganze Ding wird tatsächlich, der kann machen, was er will. Es wird tatsächlich irgendwo im Silicon Valley nochmal oder in Seattle, keine Ahnung, stichwort, äh, stichpunktartig geprüft, ob da auch wirklich was dahinter ist. Und offenbar hat das bei uns gereicht. Selbst bei viel zu wenigen Likes, ähm, kann man jetzt bei mir nach oben swipen. Ja, genau. So. Das war die Story mit dem blauen Haken. Ähm, in Hamburg war es übrigens, äh, dort, dort habe ich diese Person getroffen. Was ich, was ich spannend fand an Hamburg ist, ähm, da ziehen ja, äh, Facebook zieht ja jetzt weg aus Hamburg. Die ziehen jetzt, glaube ich, nach, nach Berlin. Aber wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Hamburg ist so eine von diesen Städten, wo so Startups auch so ihre Projekte testen, ne? Da gibt es jetzt zum Beispiel von Volkswagen, gibt es so ein Ride-Sharing-Programm. Das heißt, wenn ich mich irre, Moja oder sowas. Ähm, das gibt es in keiner anderen Großstadt. Das sind so goldene Minibusse oder so. So, die sind so größer aus als ein VW-Bus so ein bisschen. Das sind auch von Volkswagen, wo du quasi so ein Shared-Taxi hast. Das heißt, ähm, ich muss, ähm, angenommen, ich muss irgendwie vom, mit dem Taxi vom Jungfernstieg nach, äh, zum Flughafen, ja. Und, ähm, unterwegs gibt es noch zwei Leute, die auf der gleichen Strecke auch einer einsteigen möchte, auch zum Flughafen oder dann wieder aussteigen möchte. Und die Software rechnet aus, wer quasi auf dieser Route mitzusteigen könnte. Ich glaube, die machen auch Umwege sogar. Deswegen sollte man bei Moja auch immer ein paar Meter mehr, ein paar Minuten mehr Wartezeit oder Fahrzeit einplanen. Ähm, aber sie fahren, glaube ich, bis zu 200 Meter an deinen Standort, äh, ran. Und ich finde es echt ganz geil, ne. Das ist so, es ist halt, es ist halt nicht die Lösung. Genauso wie auch der, 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 äh, Elektroroller nicht die Lösung ist oder das Elektroauto nicht die Lösung ist oder der Bus oder die Bahnfahrt nicht die Lösung ist. Ich denke, es ist eine Vielzahl von verschiedenen Konzepten, die man einfach, ähm, ja, die einfach, ähm, ja. Ähm, ähm, die einfach, äh, ausprobiert werden müssen. Und dann muss man sich nicht am Schluss für eins entscheiden, sondern wir müssen einfach alle behalten. Ich glaube, die, die, die Vielzahl macht es aus. Genauso wie auch, ähm, bei uns gibt es diese Bankerl. So, so eine Bank, die einfach in dem einen Ort steht, wo du dich dann draufsetzen kannst. Und der, die Person, die vorbeifährt, weiß, ach, wer auf dieser Bank sitzt, möchte in den Nachbarort mitgenommen werden. Hey, warum nicht? Mega gutes Konzept eigentlich, oder? Ähm, genau. Also ich denke, die, ich denke, die Vielfalt der verschiedenen Konzepte macht es und nicht, äh, ein alleiniges Konzept. Ja, es wird nicht nur bei, im Nahverkehr das Taxi die Lösung sein, äh, und im Fernverkehr die, die Bahn. Ähm, wir sehen ja, der Flixbus kommt mittlerweile auch und der, die, 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 und, und, und Car, äh, ähm, Blablacar, äh, in den Innenstädten Car to Go. Ich finde es einfach geil. Man muss sich einfach neue Sachen überlegen, die Städte ersticken. Ich fände es so geil, wenn irgendwann alles nur noch elektrisch wäre. Natürlich ist das nicht die Lösung. Ich, Leute, ich sage auch nicht, dass ich der bin, der die Ahnung hat, ne? Überhaupt nicht. Ich finde, es ist, Leben ist einfach viel zu kurz, um, 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 um zu recherchieren. Lass mich einfach auch unrecherchierte Ideen auch mal raushauen, oder? Ähm, nein, aber ich glaube, was viel zu oft unter den Tisch gekehrt wird, ist die Tatsache, dass man auch, dass auch die Herstellung von Benzin Strom kostet. Ich glaube sogar, die Herstellung eines Liters Benzin kostet genauso viel Strom, aber das habe ich, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Ähm, kostet genauso viel, äh, Strom, wie es kosten würde, das Auto mit genau diesem Kilowatt, mit dieser Kilowattstunde zu betreiben. Ähm, das wird einfach unter den Tisch gekehrt. Das Benzin muss ja auch transportiert werden von A nach B. Ähm, kostet auch wieder. Und die Tankstelle muss auch betrieben werden. Also, ähm, ich sage nicht, dass ich alles besser weiß. Überhaupt nicht. Und, äh, kommt gerne mit eurer Meinung. Schreibt mir eine E-Mail. Und ich werde es dann einfach auch nicht vorlesen, wenn ich anderer Meinung bin. Nein. Ich lasse mich immer eines Gegenteils überzeugen. Aber ich bin jemand, der der Meinung ist, dass man auch andere Meinungen gelten lassen sollte. Und deswegen lasst auch bitte meine Meinung gelten. Okay. Ich muss ja nicht, ich sage nicht, dass ich recht habe. Ich sage nur, denk mal drüber nach. Benzin herstellen kostet auch Strom. Diese Raffinerien, die da stehen und die ganze Nacht über lang leuchten, die sind, bei uns in Ingolstadt, da steht eine fette Raffinerie. Früher waren da, glaube ich, drei oder vier. Wir hatten ESSO, wir hatten Shell, wir hatten eine BP. Äh, ich weiß nicht, ob wir auch Jet hatten. Aber, ähm, da ist, da brennt Tag und Nacht das Licht. Nicht nur, weil die oben da eine Fackel abfackeln, sondern es sieht aus wie, wie Gotham City. Das ist krass, ja. Übrigens auch wie, äh, wie Burghausen. Da ist auch so ein riesengroßes Chemiewerk, äh, ist jetzt keine Raffinerie, aber das sieht auch aus, als würde da Batman nachts durch die Häuserschluchten schwingen. Äh, was meine nächste Überleitung ist, ich bin am 8., jetzt am kommenden Samstag in Burghausen zur 32. Comedy-Nacht des Grauens. Und ich weiß jetzt gar nicht, äh, wer jetzt hier, äh, da auftritt, äh, bei der nächsten Comedy-Nacht des Grauens. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die ich allen Leuten, äh, 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 quasi ans Herz legen möchte, die in Burghausen auftreten, ja. Äh, die in der Nähe von Burghausen leben. Burghausen ist eine schöne Stadt, direkt an der Salzach, auf der anderen Seite ist Österreich. Und, äh, da gibt es ein kleines Theater, das ist das Cabaret des Grauens, da passen ungefähr, naja, 60, 70 Leute rein. Und ich moderiere da seit 32 Shows, die Comedy-Nacht des Grauens. Und wir haben diesmal dabei den David Stockenreitner aus Wien, da freue ich mich sehr drauf. Den Helmut Steierwald aus Nürnberg oder Fürth. Die Andrea Limmer aus München. Janine vom Olivenbaum aus Hamburg. Und Tom Hoch 2. Äh, wo die beiden herkommen, weiß ich nicht. Aber das sind so Liedermacher, glaube ich, die sind sehr, sehr witzig. Das heißt, es ist was Musikarisches immer dabei. Genauso wie Andrea, die Andrea Limmer macht ja auch irgendwas mit Musik und Gitarre. Und es wird ganz schön. Ja, vielen, vielen Dank, da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich dann immer auch auf das Frühstück im Café am Bichl am nächsten Morgen. Und auf die Übernachtung in dem wunderschönen Hotel zur Post. So, ähm, genau. Kommt die Nacht des Grauens. Ah, ist ausverkauft, sorry. Sorry, auf jeden Fall. Es wird geil, wer Karten hat. Ansonsten sehen wir uns immer später. Da gibt es so eine geile Saufkneipe, wo du dich dann auch noch reinhauen kannst. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie es heißt. Aber wenn du dann quasi da hochgehst auf den Hauptplatz und davor Richtung, Richtung, heißt es Marta? Das ist eine Kneipe auf der linken Seite. Heißt es Marta? Oder heißt es Ma-Ma-Ma-Ma-Ma- Keine Ahnung. Auf jeden Fall kurz davor ist da so eine, so eine kleine, in Bayern, sag ich mal, Bortzen, so mit so alten Tischen, die, die seit den 60er Jahren, locker seit den 60er Jahren dann nicht renoviert wurden. Mit so einem Regal, mit Brettspielen und hinten ist ein Kicker und ein Billardtisch und ein Flipper. Aber glaube ich, da hocke ich dann immer drin und lasse den Abend ausklingen. Die 32. Comedy-Nacht des Grauens in Burghausen. Mega gut. Und ja, vor allem tolle Kollegen, auf die ich mich sehr, sehr freue. So, das war's. Nächsten Mittwoch werde ich auf die Hütte fahren nach Österreich. Dann werde ich dann meinen ersten Live-Podcast, nicht live, aber ich werde auf jeden Fall Fotos auf Instagram raushauen und ich werde auf der Hütte meinen Podcast machen. Da freue ich mich auch schon sehr. Okay, wie lange bin ich denn überhaupt schon? Ich laber, ich laber hier. Ich freue mich ja immer, wenn ihr meinem Podcast zuhört. Hey, ich bin schon fast wieder eine Dreiviertelstunde. Das ist ja unfassbar. Ich werde auf die Hütte gehen. The Simple Life, das ist ja so eine Berghütte, die meine Onkels und mein Dad schon seit den 70ern gepachtet haben. Mein einer Onkel hat da quasi irgendwie über die Bundeswehr damals, hat er wohl irgendwie einen US-Army-Soldaten kennengelernt, der da jemanden kannte. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall ist es eine Hütte in Österreich, ungefähr auf 1500 Meter Höhe. Das ist auch die Luft, die Höhe, wo angeblich keine Milben mehr in den Matratzen überleben können. Aber wir haben trotzdem aufblasbare Matratzen da oben. Da gibt es keinen Strom, da gibt es keinen Wasseranschluss, da gibt es fließend Wasser aus dem Berg. Die Hütte ist an eine Bergquelle herangebaut. Da sind ein paar Kühe oben und es ist mega. Das ist einfach, da schleppst du halt eine Gasflasche mit hoch und hast dann deinen Kanonenofen in der Stube, wo du dir abends einheizen kannst mit Holz, was du vorher im Wald gemacht hast. Holz gemacht heißt, du hast es geschlagen. Im Jahr vorher hast du es dann zum Trocknen gelegt und im nächsten Jahr kannst du es dann verbrennen. Und dann hast du, wir haben einen Gasherd da oben, ja, mit drei Kochfeldern, wie krass. Sogar Backofen. Und ich weiß aber nicht, ob der Backofen funktioniert im Augenblick. Zwei Schlafstuben. Und es sind Gasleuchten an den Decken, wo quasi so ein Glühstrumpf, ein Glühbirnenartiger Strumpf aus so feinem Material wird da aufgezogen. Und der hält, glaube ich, ewig aus, oder du berührst ihn, dann zerfällt er sofort zu radioaktivem Staub. Und du verwandelst dich in einen Superhelden, aber den zündest du an, du lässt quasi Gas in diesen Glühstrumpf rein. Dann füllt er sich mit Gas, dann darfst du irgendwann das Feuerzeug in die Nähe halten, aber nicht direkt mit der Flamme diesen Glühstrumpf berühren. Und dann fängt er an zu brennen und leuchtet hell wie eine Glühbirne. Es ist so geil. Heizt damit auch noch den Raum und verbraucht ungefähr allen Sauerstoff in dem Raum, bis du irgendwann tot da niederliegst. So, so schön ist es oben auf der Hütte. Ähm, ich liebe es sehr. Ich finde es geil dort oben, back to the roots. Meine Tochter liebt es auch sehr. Meine Tochter, meine Tochter, mein Sohn hasst es total. Da ist kein Strom, was, keine Playstation, spinnt ihr, ich will nach Hause. Meine Tochter findet es geil. Wir gehen Pilze sammeln, wir sammeln Blaubeeren. Wir schauen, ob wir irgendwas reparieren können. Wir suchen und sammeln Holz oder wir wandern zur nächsten Berghütte und trinken da ein Radler oder ein Bier oder essen einen Kaiserschmarrn. Mega, mega gut. Beziehungsweise meine Tochter kann Kaiserschmarrn essen. Die kann nur keine Nüsse. So, ähm, und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Äh, 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 meine Tochter hat sich jetzt aus dem USA so ein temporäres Tattoo bestellt. Das ist so eine Tinte, die malst du auf die Haut auf. Die wolltest halt unbedingt haben. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ähm, einfach mal anders sein. Okay, 15, klar, logisch. Sie darf sich nicht tätowieren lassen. Sie wird auch direkt enterbt, in dem Augenblick, wo es mit dem ersten Tattoo nach Hause kommt. Kein Führerschein, kein Auto. Vergiss es, da wird nichts passieren. Also Tattoos kommen mir überhaupt nicht. Ich will keinen Tintling zu Hause haben. Ähm, wenn sie 18 ist, okay. Aber dann, wie gesagt, dann gibt es halt kein Auto. Da bin ich hart. Nein, hey, oder? Hey, sorry, solange sie die Füße unter meinen Tisch stellt, wird es sowas nicht geben. Mein Sohn darf dann selbstverständlich alles. Nein, nein, wird nicht passieren. Solange ich noch ein bisschen mitreden kann. Danach, von mir aus, ist mir egal. Aber ich weiß, dass man Entscheidungen aus der, dumme Entscheidungen aus der Jugend irgendwann bereut. Manche Leute, wenn sie sich mit 30 noch, mit 35 noch, ist okay, ist okay, von mir aus. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Motive, die man sich mit 18 aussucht, die werden irgendwann anders sein, als die, die man sich vielleicht mit 30 aussucht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie gesagt, hey, schreibt mir, wenn ihr anderer Meinung seid. Ich lese es auch gerne vor und setze mich mit dem auseinander. Schreibt mir übrigens auch, wenn ihr Ideen habt, schreibt mir, wenn ihr Tipps braucht fürs Leben. Ey, ich bin mittlerweile Ende 40, Leute. Ich habe Lebenserfahrung. Ja, ja, ich baue zwar immer noch Scheiße und labere auch Mist. Aber wenn mich jemand fragen möchte, hey Flo, ich möchte Comedian werden, dann werde ich sagen, nein, mach es nicht. Hey Flo, ich möchte mich tätowieren lassen. Nein, Digga, lass es bleiben. Ey, sie hat sich wirklich diese Tinte bestellt und hat sich damit jetzt, da ist so eine ganz feine Kanüle dabei, wo man sich dann quasi auch auf die Haut was zeichnen kann. Und hat sich einen sehr schönen Kreis gezeichnet auf dem Unterarm, weil der Kreis für sie so eine große Bedeutung hat. Keine Ahnung. Naja, das Tattoo hält glaube ich irgendwie, weiß nicht, 14 Tage. Davon sieht es einen Tag lang neu aus, zwei Tage verblasst, zehn Tage wie ein verwischter Disco-Stempel und dann nochmal fünf Tage einfach nur wie ein blauer Fleck. Keine Ahnung, was das soll, ich werde es beobachten, ich werde euch, ja, das wäre wahrscheinlich das schlaueste, sich den Disco-Stempel tätowieren zu lassen und dann immer damit in die Disco gehen. Sagt man überhaupt noch Disco? In den Club, Leute, in den Club, Digga. Ja, gut, okay, das war's. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich heute erzählen wollte. Die Dreiviertelstunde ist rum, zu der ich euch verpflichtet bin. Ich habe, manchmal habe ich sogar Bock, habe ich sogar Bock, noch mehr zu machen. Manchmal überlege ich mir, ob ich nicht vielleicht am Wochenende noch einen Podcast mit reinschieben soll. Wenn ihr Bock habt, ja, dann sagt Bescheid. Ich habe übrigens einen neuen Supporter auf Patreon, das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass ihr diesen Podcast nicht nur einfach so genießen könnt, sondern wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Und wenn ihr wollt und sogar, ich glaube, ab drei Euro lese ich sogar vor, auch wie ihr heißt, dann kommt ihr quasi im Abspann des Podcasts vor. Geht einfach mal auf Patreon.com slash Schlimbeck, glaube ich. Oder Florian Simbeck, Patreon.com slash Florian Simbeck. Oder es geht auch auf Steady, steady.hq slash de slash Schlimbeck. Das steht alles übrigens auch in den Notizen vom Podcast, könnt ihr nachlesen. Da könnt ihr euch quasi registrieren und dann Euro im Monat abdrücken, was mich sehr freuen würde. Bereits supporten tun mich Ben Schlimbeck, Douglas Stahl, Alex van Laak, Andreas Hartig und Dennis Plays. Jawohl, die supporten mich bereits auf Patreon. Und jetzt gucke ich mal, ich muss ja auch den neuen Supporter, hier muss ich ja auch hier. Genau, Leon. Vielen Dank an den lieben Leon, der mich unterstützt. Also, vielen, vielen Dank, Leute. Voll geil, dass ihr euch bei Patreon registriert habt. Und vielen Dank übrigens auch an den guten Dennis Plays. Jawohl, weil der, der bekommt eine Fanfare von mir. Der zahlt 10 Euro im Monat für diesen Podcast, was ich mega geil finde. Und dafür wird ihm mit einer Fanfare gedankt. Vielen, vielen Dank, Dennis Plays. Hier ist nochmal deine Fanfare. Digga, mega gut. Ihr könnt übrigens auch nicht genannt werden, wenn ihr wollt. Und, wenn ihr wollt, kann ich auch quasi Werbung für eure Firma machen, für eure Fabrik, euer Startup. Ja, angenommen, ihr habt ein Startup und wollt genannt werden oder ihr habt irgendeine Message, irgendwas, was ich teilen soll oder vorlesen. Das könnt ihr auch bei mir. Und guckt einfach auf Patreon nach oder auf Steady. Und da könnt ihr quasi dann quasi auch Werbung buchen bei mir. Nice, oder? So, jetzt, also bei den, bei den, bei meinen, bei meinen Patronen habe ich mich schon bedankt. Auch bei Sir Erkan Bald aus Mainz habe ich mich bedankt. Das ist ungefähr die geilste Story ever. Ähm, genau. Und, ähm, ja, angekündigte Termine habe ich auch schon erzählt. Ich bin ab übernächsten Mittwoch, genau, ich bin, okay, die ganze Woche, ich bin ab 17. Juni, bin ich eine Woche lang in Berlin bis zum 23. Juni. Äh, und danach kommen wieder die Comedy Lounges. Aber da könnt ihr mich in Berlin sehen und, Entschuldigung, ich spiele da mit Jochen Prang gemeinsam, äh, Doppeltermine. Jawohl, Entschuldigung. Ja, was ist denn los? Entschuldigung. Ähm, genau. Ich spiele die Happy Hour mit Jochen Prang gemeinsam. Er 45 Minuten, ich 45 Minuten im Kukabura Comedy Club. Richtig geiler Comedy Club. Ähm, und zwar am Donnerstag, Freitag und Samstag. Kommt vorbei, jeder von uns spielt einen halben Abend. Ähm, am Mittwoch bin ich in der Unsinn des Lebens. Das ist eine Comedy Mixshow. Und am Montag und Dienstag werde ich ein paar Mixshows mitnehmen. Äh, nicht Mixshows, sondern ein paar Open Mics mitnehmen. Und neue Sachen testen, da freue ich mich schon sehr. Am Sonntag davor bin ich im ZDF Fernsehgarten. Und ich werde mir auch den Sarkophag von Erkan bald reinziehen. Also, Leute, das war der Podcast. Erst vielen Dank auch an Harteck Time Pieces, dass ihr mich unterstützt. Vielen, vielen Dank auch, ähm, an das, äh, Leonardo Royal Hotel, das letzte Woche nochmal unsere Comedians untergebracht hat. Letzte Woche Mittwoch und Donnerstag. Alle Comedians sind so happy. Schwärmen von eurem, äh, von eurem, äh, Frühstück. Und sie sagen, das ist quasi wie Kur. Das ist wie Urlaub. Das muss so mega gut da sein. Ich selber hab da noch nicht genächtigt. So, das war's. Das war der Podcast. Wir hören uns nächste Woche am 12., diesmal direkt von der Hütte. Oder wir sehen uns in Burghausen. Und, ähm, ja, ich geh jetzt in Chill-Modus. Nächste Woche sind, ähm, Pfingstferien bei uns in Bayern. Ähm, ja genau. Nächste Woche beginnen die Pfingstferien. 10. bis 23. sind bei uns die Kinder zu Hause. Davon bin ich eine Woche lang weg. Ja, genau. Hä, 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 hä. Ah, nee, Quatsch, meine Tochter kommt da mit. Fuck, fuck. Ich hab gehofft, ich hab, ich bin die Kinder los. Na gut, wir teilen uns quasi die Kinder. Und, ähm, ja genau. Ähm, letzter Aufruf. Schreibt mir. Schreibt mir eine E-Mail. Habt ihr Fragen? Braucht ihr Tipps? Habt ihr irgendwelche krassen Lebenskrisen, wo ihr wissen wollt, was würde Flo tun? Ähm, ich würde gerne einfach ein bisschen mehr Interaktion in meinem Podcast haben. Das war's. Legt euch wieder hin. Einen schönen Sommer wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid nicht genauso Heuschnupfen geplagt wie ich. Ähm, ich bin so schlapp und müde morgens, wenn ich aufstehe. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es macht mich fertig. Irgendwas ist im Augenblick in der Luft. Und, ähm, tja. Aber es wird auch wieder weniger werden. Das war's. Das war der Podcast. Äh, bis bald. Ciao. Peace. Ciao.